Herzlich willkommen zum Marktupdate live hier auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich bin Andreas Zypke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten einen sehr spannenden Wochenstart in dieser verkürzten Handelswoche. Am Montag war ja Ostermontag und demzufolge hat kein Handel hier an den deutschen Börsen stattgefunden, sondern erst gestern, da kam eben im Endeffekt auch wieder einen neuen Schwung in die deutsche Börsenlandschaft rein. Und was hat der DAX gemacht? Richtig, er hat erstmal den Rückwärtsgang eingelegt und der ganze Schwung kam natürlich aus den USA. Da gehe ich aber gleich drauf ein. Für diejenigen unter euch, die zum ersten Mal dabei sind, die Mittwochsfolge in zwei Teilen. Der erste Teil ist dann der allgemeine Marktüberblick. Da bin ich aber gerade schon so ein bisschen reingeschlittert. Und der zweite Teil ist nämlich der Fragenteil. Da könnt ihr Fragen stellen und zwar in dem Chatfenster, neben dem Videofenster einfach eure Fragen rein tippen. Da haben schon einige ganz geflissentlich von Gebrauch gemacht. Da werde ich auch sicherlich einige Fragen mit rausnehmen. Ihr könnt während der Sendung da die Fragen weiterhin reinschreiben. Ich sehe die dann hier separiert und kann natürlich darauf eingehen. Ansonsten habt ihr natürlich im Vorfeld zu dieser Sendung bereits Fragen eingereicht. Einige seht ihr auch schon in der Titelleiste von dem Video. Die werde ich heute natürlich auch entsprechend dran nehmen. Und ansonsten alle Fragen, die jetzt hier in diesem Format heute nicht drankommen, die kommen dann morgen in dem Klarschiff oder halt in einen der kommenden Folgen, zum Beispiel Montag, am kommenden Montag 17 Uhr oder eben natürlich den kommenden Mittwoch dann wieder um 14 Uhr dran. So, das vielleicht erstmal als kleines Klärstück vorweg. Und jetzt geht es dann auch schon rein. Ne, ich muss nochmal was zwischenschieben. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, den YouTube-Kanal von Comdirect zu abonnieren und einen Daumen hoch dazulassen, wenn euch das Format gefällt oder auch einen Daumen runter, wenn nicht. Da könnt ihr da gerne in die Kommentarzeile eure Fragen, Anregungen, Gedanken, Kritikpunkte reinschreiben, aber eben natürlich auch Fragen, die ihr vielleicht im Nachgang zu der Sendung habt. Schreibt die auch in die Kommentarzeile rein, ist eigentlich vollkommen egal, unter welchem Video. Ich gucke mir die Kommentare generell auch nochmal an. Versucht da natürlich immer wieder darauf reinzugehen und da kommen auch tatsächlich dann natürlich die meisten Fragen für die kommenden Sendungen entsprechend her. So, jetzt bin ich durch, jetzt geht es weiter und jetzt gucken wir uns den DAX an und das war tatsächlich ganz spannend. Gestern, der erste Handelstag, also im ganz wichtigen zweiten Börsenquartal. Und was hat der DAX gemacht? Der hat den Rückwärtsgang eingelegt. Nicht ganz freiwillig, wenn man es so will, sondern hier kamen die Indikationen für die Gewinnmitnahmen aus den USA von den amerikanischen Börsen. Aber wir gucken uns erstmal den DAX an und das ist nämlich wirklich ganz spannend. Hier sieht man also 18,5 war tatsächlich zumindest erstmal kurzfristig für den DAX zu viel. Ich blende euch hier mal einen langfristigen Chart ein. Das ist immer ganz schön, wenn man das mal sieht, wo wir uns wirklich bewegen. Hier, das war der Ausreiß, als die Covid-19-Pandemie im Endeffekt begann und dann ist sozusagen relativ schnell diese Beule hier oder dieser, ja wie soll man sagen, Abriss wieder aufgeholt worden. Wir hatten dann nochmal eine Zwischenkorrektur. Auch die ist jetzt wieder bereinigt worden. Ihr seht also, was für eine Dynamik hier in den letzten fünf Jahren stattgefunden hat. Zoomen wir mal ein bisschen mehr rein, dann sieht man auch, dass hier so ein bisschen dieses Kursniveau 18,5 tatsächlich zu viel des Guten für den DAX. Ich befürchte auch tendenziell, dass wir jetzt hier eine grundsätzliche Kurskonsolidierung sehen, die durchaus wünschenswert und auch gesund wäre. Charttechnisch sieht man hier, dass im Endeffekt der sich eine sehr übergekaufte Situation rausgebildet hat. Also wir haben hier einen sehr, sehr steilen Anstieg seit Mitte, Ende Januar, die kaum korrigiert wurde. Wir hatten hier mal eine kurze Zwischenkonsolidierungsphase, so Ende Januar, Anfang Februar, dann aber seit Mitte Februar hier diesen Anstieg. Und das ist natürlich ein ordentlicher Schloss. Aus der Pulle gewesen. Und wenn jetzt also hier von dieser Bewegung der DAX mal vielleicht so 50% korrigieren würde und so einen Bereich 17,7, 17,8 reinlaufen würde, wäre das zumindest mal eine wünschenswerte Zwischenerholung, eine Zwischenkonsolidierung. Warum sind die immer so wichtig an den Börsen? Weil da einfach viele Investoren abgeholt werden können, die vielleicht in den Märkten investierend sein wollen würden, aber nicht reingekommen sind, weil zum Beispiel die Kurse einfach zu stark gestiegen sind, weil sie entsprechende Limite nicht ausgeführt haben, weil sie vielleicht auch ihre Positionsgrößen insgesamt in dieser Form nicht eingehen konnten. Da gibt es viele Gründe. Und diese großen Investoren kaufen dann oftmals bei Schwächephasen mit hinzu. Und das ist halt auch nochmal so eine Art, wie soll man sagen, Bestätigung dafür, dass der langfristige Trend intakt ist. Und das ist ja das, was für Börsianer wesentlich interessanter ist. Das gibt immer mal wieder diese massiven Kursanstiege, die dann wie Fahnenstangen die Luft schießen sozusagen durch eben Tunnelsmechanismen, die dann greifen, Short-Selling, die eingedeckt werden müssen und so weiter und so fort. Dann eben diese starken Kursanstiege eben davor rufen, aber nicht von langer Dauer sind, weil oftmals genau diese Einflussfaktoren rückläufig sind, nicht mehr vorhanden sind. Der Markt stürzt dann in sich wieder zusammen und fällt sozusagen auf ein anderes Niveau, auf ein anderes Preisniveau wieder zurück. Und das ist genau das, was hohe Volatilität schafft. Hohe Volatilität möchte ein Investor oder ein Aktionär nicht im Depot haben. Und demzufolge sind solche Zwischenkonsolidierungen, wenn sie eben kleinerer Natur sind, mal 3-4% durchatmen, durchaus wünschenswert, um eben zu sehen, ist da Kaufinteresse in dem Markt denn überhaupt noch vorhanden oder hat sich tatsächlich das Sentiment geändert? Das ist so wie eine Art Zwischenprüfung und deswegen kann man solche Zwischenkonsolidierungen eigentlich immer als bekommen heißen und sollte da nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Gucken wir mal in den USA, den Urhebern der gestrigen Kurskorrektur. Was haben wir da gesehen? Ich bin so ein bisschen müßig, mich jetzt ständig über die Zinsängste auszulassen. Was wir jetzt gesehen haben ist, dass die Markthernehmer, also ihre Zinserwartung von 75 Basispunkte auf derzeit nur noch 65 Basispunkte in den USA zurückgenommen haben. Auch die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung bereits Juni ist von 63,5% glaube ich auf nur noch 56,8% gesunken. Also es ist noch mehr als 50%, aber man merkt schon aus der Lesart heraus, hier sind die Marktteilnehmer auch schon sehr, sehr vorsichtig. Warum habe ich gesagt, bin ich es müßig? Ja, weil es im Endeffekt überhaupt nicht mehr so die massive Rolle spielt, wann die Zinsen gesenkt werden, ob es 65, 75 Basispunkte sind. Diese kleinen 10 Basispünktchen machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Es geht ja im Endeffekt darum, ist die Konjunktur in den USA wirklich, also ist die wirklich gut, hält die sich robust, kann man davon ausgehen, dass hier wirklich dann in Zukunft positive Unternehmensgewinne zu sehen sind. Der zweite Schritt ist, da kommt der Konsument wieder zurück, wird wieder konsumiert, will Joe Sixpack und Jane Doe wirklich wieder neue Fernsehgeräte, neue Smartphones, was weiß ich, neue Konsumartikel haben, damit man dann natürlich davon die Unternehmen einfach profitieren können. Und das ist natürlich davon abhängig, wie sich die Inflation entwickelt. Und all das, da wirkt sozusagen die Zins- und Geldmarktpolitik drauf ein. Und deswegen ist es dann auch egal, ob da 10 Basispunkte mehr oder weniger sind. Das spielt bei dieser Gemengelage nicht mehr die wesentliche Rolle. Hier geht es wirklich darum, sehen wir 4 oder sehen wir 18 Schritte? Sehen wir 75 Basispunkte oder sehen wir 1,5 oder 150 Basispunkte? Das ist genau der Punkt, genau diese Stellgrößen, da kann man sich dran reiben. Aber alles andere ist, denke ich mal, momentan nur so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil man einfach wenig Argumentation dafür hat, dass einfach gestern auch in den USA irgendwann mal das Fass einfach voll war. Die Leute dann gesehen haben, hey, ich nehme jetzt hier mal die ein oder anderen Chips vom Tisch und nehme Gewinne mit. Und im Endeffekt ist es auch so, guckt euch diese Bewegung hier an, die wir im S&P 500 gesehen haben. Ja, und die Kurskorrektur, die hier gestern eingeläutet ist, die ist im Verhältnis, dann sieht man hier noch nicht mehr. Also der Aufwärtstrend in Amerika ist durchaus noch intakt. Da würde ich es momentan noch als Zwischenkonsolidierung sehen. Und selbst, wenn wir hier auch in diesem Bereich roundabout 4,9,5 zurückfallen würden, wäre das auch erstmal aus der aktuellen Situation eine ähnliche Kurskonsolidierung zu sehen, wie eben im DAX. Ich packe jetzt mal hier einfach mal keckerweise den Nasdaq 100 gleich noch mit rein, weil da im Endeffekt die Musik gespielt wird. Das heißt, wir haben halt natürlich wieder die Tech-Werte hier als klassische Kursantriebskräfte, sowohl natürlich in Richtung Kurs Norden als auch dann in Richtung Kurs Süden. Moment, ich muss mal hier gucken. Index. No. Okay. Klappt jetzt auch nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Okay, dann rufen wir den nochmal separat auf. Ist auch nicht schlimm. Also Index. No. Und dann gucken wir uns den Nasdaq 100 an, der natürlich im weitesten Sinne genauso performt, wie, also beziehungsweise in die gleiche Richtung läuft, wie der S&P 500 bloß ein bisschen stärker natürlich in die eine oder andere Richtung ausschlägt, weil natürlich die Marktbeter, also die größeren Bewegungsmomente, die derzeit ganz klar bei den Tech-Werten zu finden sind. Und das sieht man halt auch hier, guckt euch hier auch die Kursbewegungen im Nasdaq an. Nasdaq 100 hier auf fünf Jahre. Was das für eine brachiale Aufwärtsbewegung seit dem vergangenen oder beziehungsweise seit 2023 hier ist, wirklich massiv nach oben geeilt. Das Ganze natürlich auch mal kurzfristiger Natur sieht man einfach, dass man hier auch schon so ein bisschen die Kurskonsolidierungstendenzen eigentlich in den letzten Wochen schon gesehen hat. Und gestern der Kursrückgang tatsächlich eigentlich ja nur größtenteils so eine Zwischenstippe sieht es. Also in den USA sieht es tatsächlich nicht ganz so drastisch aus wie in Deutschland. Ich bin gespannt, ob der DAX sich tatsächlich fangen kann. Wie gesagt, meine Mutmaßung ist 17,8. 17,7 dürfte erst mal auf der Agenda stehen. Und alles Weite wird sich zeigen. Ein Blick will ich auch nochmal in Richtung Japan werfen. Der Nikkei ist ja von mir lange Zeit einer der Favoritenindizes gewesen. Ist ja auch sehr gut performt und hat eben auch durch das Ende des Fiskaljahres in Japan zum Ende März hin dann auch so ein bisschen zum neuen Fiskaljahresbeginn den Kopf hängen lassen. Das heißt, der Nikkei ist tatsächlich, hier ist er in Japan gestern eben auch rückläufig gewesen, hat ordentlich, bzw. am Montag schon, hat ordentlich im Endeffekt Punkte verloren. Ich hoffe, das sieht man hier. Haben wir den? Ja. Also man sieht hier auch diese massive Aufwärtsbewegung eben im letzten Jahr schon, dann auch in diesem Jahr hier fortletzend oder fortfolgend entsprechend über 40.000. Wir sind momentan mit 39.451 Punkten. Auch das verliert sich. Also wenn man das in dieser Gesamtkonstellation einfach ansieht, dann kann man sehr gut erkennen, dass einfach so eine Zwischenkorrektur durchaus mal notwendig ist. Also auch hier sehe ich durchaus Tendenzen dazu, dass einfach japanische Aktien eben aufgrund der Situation US-Dollar-Yen-Verhältnis, dass der Yen eben sehr stark abgeschwächt hat in den letzten Monaten und natürlich Exportwerte unterstützt hat. Jetzt, dass so ein bisschen das Finanzministerium bzw. Wirtschaftsministerium in China auf den Plan gerufen hat, die gesagt hat, hey, wir wollen nicht einen nicht weiter schwächeren Yen sehen, sondern tendenziell jetzt eher eine Warnung an die Spekulanten ausrufen, dass eben weitere Short-Selling-Verkäufe im Yen gefährlich sein können. Das spiegelt sich natürlich ein Stück weit auch auf die Exportwerte in Japan ab und übt dann im Endeffekt auch Druck auf den NECA-Index aus. Also diese Indizes heute mal mitgebracht für Teil 1. Jetzt geht es zu Teil 2. Ihr tickert hier fleißig schon entsprechend in den Chat rein. Das ist auch gut so. und ich werde mal sehen, was wir hier alles Schönes heute an Fragen mit dran nehmen können. So, okay. Gut. Auf geht's. Und zwar, ich nehme als erstes die Cannabis-Aktien dran. Das ist nämlich eine schöne Frage. Tilray und Canopy Growth. Die können wir gerne reinigen. Canopy Growth hatte ich, glaube ich, in der letzten Woche zwar schon mal, aber wir können uns gerne mal die Unternehmen anschauen. Was ist da gerade passiert? Das dreht gerade so ein bisschen der Fear of Missing Out Aspekt eine wesentliche Rolle. Das heißt, die Legalisierung in Deutschland hat natürlich auch auf die Cannabis-Unternehmen jetzt eingewirkt. Und in dem Sinne, dass man denken könnte, dass die eher Speed oder Kokain als wirklich dann in diesem Fall Cannabis genommen haben. Die Aktien sind in den letzten Tagen wirklich buchstäblich durch die Börsendecke gegangen. Erstmal die langfristigen Chart, dann kann man das Ganze mal einordnen. Hier sozusagen dieser lange Leidensweg der Börsianer von Tilray habe ich jetzt hier mal reingenommen. Man sieht in den letzten Tagen hier diesen massiven Anstieg in den Aktien von Tilray. Was eben dadurch losgetreten wurde, dass der CEO von Canopy Growth ein kanadisches Cannabis-Unternehmen eben gesagt hat, aufgrund der Legalisierung in Deutschland nimmt man jetzt an, dass eben der Markt für medizinisches Cannabis ungefähr um Pi mal dauernd aus 8- bis 10-fache für eben die zugelassenen medizinischen Cannabis-Unternehmen wachsen kann. Das heißt, man nimmt also jetzt an, dass die viele, die zum Beispiel erkrankt sind, Leiden, Nervenleiden haben, Schmerzpatienten, wie auch immer sind, unter Ernährungsprobleme, also Leiden oder andere psychische Probleme haben, die kriegen dann oftmals oder können dann jetzt Cannabis-Produkte verschrieben bekommen und können diese medizinischen Cannabis-Produkte sozusagen konsumieren und oftmals geht es den Patienten dann in bestimmten Fällen auch besser und das ist im Endeffekt der Markt. Man muss sich immer ein bisschen davon verabschieden, dass es hier wirklich darum geht, dass irgendwie auf der grünen Heide Cannabis angepflanzt wird, das wird dann geerntet in irgendwelchen Shops von Rastafarienleuten da irgendwie verkauft und die werden dann sofort auf der Straße konsumiert, Man hat zwar natürlich auch den legalen Konsum in der Form gelockert, aber nichtsdestotrotz ist hier weiterhin der Markt im medizinischen Cannabis zu suchen und nicht in dieser Freizeitnutzung, weil in diesem Bereich des sozusagen Illegalen oder des Graumarktes, wenn man es so will, da wo eben sozusagen Cannabis konsumiert wird, nur des Rausches willen, da ist eine komplett andere Gesetze oder beziehungsweise eine andere Markthebel, und Marktgesetze, wo diese Unternehmen dann im Endeffekt in dieser Form nicht rein wollen, sondern die wollen ja in den Markt rein, wo es wirklich darum geht, eben um medizinisch zugelassen, also Cannabis als medizinisches Ausgangsprodukt und das ist eben im Endeffekt interessant und wird in diesem Zuge mit befruchtet, weil die Menschen dann nicht mehr, die das eben machen wollen, also sozusagen ein Ersatzpräparat in Form von Cannabisprodukten oder Cannabiskonsum nehmen wollen, nicht mehr in der illegalen Zone sich aufhalten, sondern legalisiert das machen können. Und dieser Markt ist eben wirklich sehr, sehr groß und ist eben auch stets und ständig am Wachsen. Das heißt also, dass die Unternehmen wie Tilray und Canopy Growth zumindest mal in der Vergangenheit davon profitiert haben, dass in diese Fantasie zurückgekommen ist. Aber ihr seht, es ist wirklich noch ein weiter, weiter Weg, gerade wenn man sich hier diese Kursavancen in 2021 hier bei Tilray ansieht, oder ich kann auch nochmal, hier kann ich aber Canopy Growth als, nicht vergleich, aber zumindest mal als Zusatzunternehmen hier mit reinnehmen. Und dann sieht man auch, dass beide im Endeffekt von der gleichen Euphoriewelle gepackt wurden. Der Kursverlauf ähnlich bei beiden Unternehmen und wir sehen das hier kurzfristig, da muss man ein bisschen reinzoomen. Ihr seht es also auch hier, zack, stärker verloren, genau der gleiche Anstieg, gleichen Charakter, auch hier ähnliches. Wenn man noch mehr reinzoomt, erkennt man das eben auch, dass hier sogar eine leichte Outperformance bei Canopy Growth gesehen ist. Das heißt, die haben ja noch wesentlich stärker zugenommen. Ihr seht es hier im, ich mache mal ein Chartbild ein bisschen größer, dann sieht man das auch besser. Das ist eine prozentuale Darstellung. Da sieht man also wirklich, wie die eben hier doch stärker eben zugelegt haben, als eben zum Beispiel eine Tilray. Aber die Story dahinter ist die gleiche. Das heißt, da ist also sozusagen gerade sehr, sehr viel Fantasie in den Märkten drin. Durchaus interessant. Klar, man kann sagen, das ist ja auch so ein bisschen den Ansatz, den man bei den Cannabis-Aktien eh haben sollte, wenn erstens als Depotbeimischung, zweitens langfristige Sichtweise. Das hatte ich damals auch schon gesagt, dass man eben wirklich sehen muss, wenn man in Cannabis-Aktien investiert, dann braucht man eine Sichtweise mindestens von fünf bis zehn Jahren. Weil es nicht darum geht, Legalisierung, auch wenn in den USA Cannabis-Konsum legalisiert werden sollte, dass sofort innerhalb von zwei, drei Wochen da der Markt entsteht, sondern das ist natürlich eine Entwicklung, die sich über Jahre hinwegziehen wird. Also viele Menschen, denen vielleicht dann im Endeffekt gerade im medizinischen Bereich Cannabis-Produkte helfen würden, die werden das erstmal nicht nehmen, weil natürlich da auch eine gewisse Aura um diesen Ganzen oder eben auch Dunstwolke um diese ganze Produkte natürlich mitschwingt. Und man einfach dann versucht oder sehen muss, dass man das auch auflockert, löst, die Leute im Endeffekt an diese Produkte dann ranführt, die dann eben für oder gegen Krankheiten entsprechend eingesetzt werden können. Und das dauert. Diese Markteinführung bei solchen Produkten kennt man auch aus dem medizinischen Bereich. Das ist keine Übernachtaktion, sondern hier geht es um mehrere Jahre, so ähnlich als auch im Endeffekt dann bei den Cannabis-Unternehmen. Und der große Blocker bzw. der große Bremsklotz würde dann weggenommen werden, wenn auch die USA sagen, wir erlauben es, Bundesstaaten übergreifend, weil auf der Bundesebene ist sozusagen der Konsum von Cannabis noch verboten. Auf Landesebene, also Bundesstaatsebene haben eben einige Staaten gesagt, wir legalisieren, bei uns darf das bis zu einer bestimmten Menge konsumiert werden. Und da ist so eine Art Flickenteppich in den USA anstanden, der schwer zu durchschauen ist. In dem einen Bundesstaat ist es erlaubt, in dem anderen ist es verboten. Und hier wartet man eben darauf, bis eben in den kompletten USA die Legalisierung erfolgt, sodass dann natürlich auch die großen Cannabis-Unternehmen will, die Tilray, Canopy Growth, Aurora Cannabis, je nachdem dort wesentlich besser natürlich auch in die Märkte rein können. Warum sind einige Unternehmen aus dem Bereich besser aufgestellt als die anderen? Weil es viele Unternehmen gibt, die einfach einen stärkeren Fokus auf Kanada haben, wo das Ganze schon bereits legalisiert ist und wo die kanadischen Unternehmen natürlich durch ihre Position besser darstellen. Es gibt andere Unternehmen, die sich frühzeitig auf Nordamerika fokussiert haben, das heißt also USA und Kanada. Und wenn aber die USA halt nicht laufen und nur Kanada, dann hat man sozusagen die Kostenseite ja trotzdem eben in den USA, weil man dort eben einige Shops betreibt, die aber nicht so viel abwerfen wie die in Kanada. Und das ist momentan die Situation. Das habe ich ein bisschen länger ausgeholt, war aber auch nochmal ganz wichtig, weil das Thema nicht wirklich ganz einfach zu greifen ist. Das ist auch der Unterschied, warum die Tilray und die Canopy eben unterschiedlich performt haben, weil natürlich das eine Unternehmen stärker international aufgestellt ist, zum Beispiel stärker auch in Deutschland präsent ist, als das andere Unternehmen, was im Wesentlichen stärker in Kanada zum Beispiel positioniert ist und weniger davon profitiert, wenn zum Beispiel in anderen Ländern eine entsprechende Legalisierung erfolgt, weil die davon schlichtweg nichts haben. So, jetzt gehe ich erstmal die Unternehmen aus der Headline durch und dann gucke ich mal weiter in den Chat mal. Ich mache das mal so nebenbei, vielleicht kann ich das ein oder andere entsprechend hier mit reinnehmen. Wir gucken als erstes mal auf die Kan.com. Das ist ein IT-Dienstleister aus Deutschland, den kennen vielleicht noch einige aus den Zeiten des neuen Marktes, hat sich sehr stark im Bereich des Cloud Computings spezialisiert und hatte natürlich davon auch profitiert, dass wir eine IT-Digitalisierungswelle ja in Zeiten der Covid-19-Pandemie gesehen haben, die natürlich dann Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, Moment, ich nehme mal hier die Canopy Growth raus, das macht ja keinen Sinn und mache mal den Chart ein bisschen größer. Also es geht hier um Cancom oder Cancom, sondern dann sieht man das also hier genau, dass natürlich in Phasen der Digitalisierung eben das Unternehmen davon profitiert hat und jetzt ist einfach momentan so ein bisschen das Problem in diesem Bereich der mittelgroßen IT-Dienstleister, dass man eben ja noch nicht so richtig Schwung einfach in der Auftragslage sieht. Das Unternehmen hat eben zwar in den letzten Quartalen sehr stark auf der Kostenseite gearbeitet, das heißt man hat hier sparen Effizienzprogramme und Maßnahmen eingeleitet, um eben die Kostenseite in den Griff zu kriegen, aber die Umsatzseite, die will halt noch nicht so richtig in Schwung kommen. Das heißt also, hier muss man erstmal sehen, wie sich eben die Gesamtsituation darstellt. Ihr seht es also auch hier, dass die Börsianer natürlich gerade, was Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe angeht, eben eher so ein paar Ressentiments hatten und ein bisschen Zurückhaltung gewahrt haben. Ich denke aber, dass das ganz spannend sein könnte, gerade mit Blick auf Jahresende. Also es ist natürlich ein ganz klassischer Konjunktur-Play. Das heißt, wenn die Unternehmen insgesamt natürlich wieder mit einer aufkeimenden, mit einer auffällenden Konjunktur rechnen können, dann werden die natürlich auch wieder ihre Budgets im Bereich IT, im Bereich Cloud Computing und so weiter hochfahren, weil dann natürlich auch mehr Kapazitäten benötigt werden. Werden mehr Kapazitäten benötigt, geht natürlich die Auftragslage bei den IT-Dienstleistern, wie zum Beispiel einer Can-Com nach oben und dann werden die davon profitieren. Das ist momentan genau die Situation. Das heißt, die Investoren, Börsianer sitzen halt momentan in den Startlöchern und hoffen natürlich, dass sich die Gesamtsituation in der deutschen Konjunktur möglichst bald aufhält und dass dann dadurch natürlich auch wieder Drive reinkommt in den Unternehmensergebnissen und natürlich auch rückwirkend dann oder beziehungsweise Rückkopplungseffekte auf entsprechende IT-Ausgaben stattfinden. Natürlich gibt es immer so eine Art Grundrauschen, weil ohne Digitalisierung, ohne IT kommen Unternehmen momentan nicht mehr klar. Das ist also mehr davon auszugehen, dass die komplett ihre Budgets zurückfahren. Das machen sie nicht, aber neue Projekte werden einfach hinten angestellt, neue IT-Ausgaben werden erstmal sozusagen gekürzt beziehungsweise dann eben wirklich nur auf Halblast gefahren und das ist ein bisschen die Situation. Eine Can-Com dahingehend schon interessant. Wie könnte man sich auf die Watcher nehmen? Ich glaube aber tatsächlich, dass es jetzt im zweiten Quartal noch einen Ticken zu früh sein könnte, auf solche spezialisierten Unternehmen zu setzen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich die ersten positiven Effekte erst zur zweiten Jahreshälfte sehen und dann auch wirklich erst die richtigen Erfolge beziehungsweise auch dann nachhaltigen Erfolge in das Jahr 2025 hinein. Also gerade im ersten Quartal 2025 dann sozusagen richtige Hebelwirkungen sich entfalten. Also eine interessante Unternehmung für die Watchlist. Momentan denke ich noch einen Ticken zu früh, aber wie gesagt nicht uninteressant. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, B2Gold. Superspannend, was momentan im Goldsektor abgeht. Wer heute oder wer die Goldpreisnotierung ja verfolgt, weiß, dass Gold momentan auf Rekordkursniveau ist. Ich glaube, wir waren heute bei 2.285 oder sowas, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Also wir sind hier wirklich buchstäblich durch die Decke und momentan fehlt so ein bisschen die, genau, 85. Ihr seht es hier. Ich mache mal einen Langfrist-Chart rein, damit man erst mal so ein Gefühl dafür hat, wo wir also goldtechnisch gerade sind. Und hier wird sich vielleicht der ein oder andere natürlich so ein bisschen verwundert. Wir haben festen US-Dollar, wir haben rückläufige Zinsen, beziehungsweise wir haben ansteigende Zinsen gehabt, wir haben eine rückläufige Inflation. Trotzdem steigt das Gold wirklich seit einigen Wochen, Monaten kontinuierlich an. Und das ist natürlich eine interessante Situation, weil eigentlich viele Aspekte genau dagegen sprechen können. Das Interessante ist, dass diese Zurückhaltung zum Gold sich nicht im Gold zeigt, sondern bei den Goldminen-Aktien. Ob es jetzt zum Beispiel hier so eine B2Gold ist, die vom Gold, vom Kursverlauf vom Gold, und jetzt mache ich Folgendes, ich packe die mal hier als Kurs, oder als Chart-Bild mit in das entsprechende, Moment, B2Gold, sieht man die überhaupt? Naja, so lange gibt es die auch noch gar nicht. Ich gehe mal auf zwei Jahre. Genau, hier mal rein, dann sieht man das nämlich sehr schön, was passiert. Ihr seht, also nicht verwundert die Augen rein, aber es ist genau gegenläufig gewesen. Und zwar, die Goldminen haben genau das wieder gespiegelt, was sozusagen die Markterwartung ist. Das, was aber eigentlich im Gold momentan sich derzeit nicht darstellt. Und das ist halt genau das Spannende. Hier seht ihr es auf dem 5-Jahre-Chart. Sonst laufen die immer mit. Also ihr seht es hier, Gold läuft hoch, Goldminen, in diesem Fall B2Gold, läuft mit, Gold fällt, die Aktienkurse der Goldminen-Aktien fallen, Gold steigt wieder und so weiter und so weiter. Hier sieht man das gut. Und seit diesem Jahr, was ist das, 2021 genau, sieht man eine Schere, die eben auseinander geht. Das heißt also, das ist jetzt hier exemplarisch, da könnte man auch viele andere entsprechende Goldminen-Unternehmen nehmen. Die Goldminen-Werte sinken und die Goldpreise steigen. Und das ist genau eine sehr interessante Situation. Das heißt, irgendeiner liegt ja falsch. Also entweder die Spekulanten im Gold haben momentan die falsche Richtung eingeschlagen oder die Spekulanten oder Aktionäre bei den Goldminen-Aktien haben hier momentan eben aufs falsche Pferd gesetzt. Und spannend ist, man muss eben sehen, dass bei den Goldminen-Werten viele Aspekte eine Rolle spielen, die eigentlich Gold negativ beeinflussen müssen, die es aber momentan nicht tun. Das heißt zum Beispiel bei B2Gold, das ist halt ein kanadisches Unternehmen, was eher aus dem mittelgroßen Bereich kommt, was auch eigentlich durchaus ganz gute Wachstumszahlen, zumindest mal im vergangenen Jahr hier vorgelegt hat. Das heißt, in den Minen-Projekten, ob es jetzt Fekola-Mining, Etiyo Koto oder Mars Barte waren, überall Zuwächse gewesen. Man hat insgesamt, also in Mali, Namibia, im Philippinen, da wo man unterwegs ist, ebenfalls eigentlich mehr Gold natürlich dann auch verkauft. Also gerade in Mali 11% Zuwachs, eine Gewichtung von 59% insgesamt am Gesamtumsatz. Aber, das ist eben der Punkt, dass Investoren vorsichtig sind, weil sie eben sagen, die Zinsen sind gestiegen. Viele Projekte von Rohstoffunternehmen werden kreditfinanziert vorgenommen. Das heißt, hier hat man zum einen die Problematik, höhere Finanzierungskosten bei der nächsten Finanzierungsrunde beziehungsweise die Frage, ob diese Unternehmen dann überhaupt noch mal in dieser Form finanziert werden. Und das ist genau das Problem. Das heißt, also oftmals sind die Förderkosten bei vielen Unternehmen gestiegen und damit werden dann tatsächlich, obwohl die Goldpreise steigen, manche Projekte für diese Goldminen-Unternehmen einfach unrentabel beziehungsweise uninteressant. Das heißt, die fahren ihre Produktion zurück, Goldpreis steigt also, die Unternehmen verkaufen aber weniger Gold, im Endeffekt oder fördern weniger und dadurch steigt nämlich der Goldpreis. Damit hat sich sozusagen gerade die ganze Systematik selber erklärt. Das heißt, die Unternehmen haben ihre Produktion zurückgefahren, machen aber trotzdem zwar mehr Gewinn und Umsatz, weil der Goldpreis steigt, aber setzen sozusagen insgesamt weniger an Material um. Also die haben zwar, können das ausgleichen dadurch, dass der Goldpreis steigt, aber setzen weniger um. Bedeutet also, dass man das noch momentan auffangen kann, wenn jetzt also der Goldpreis auch noch rückläufig ist, hätte man sozusagen den doppelten Rückkopplungseffekten. Das ist so momentan diese Problematik, warum viele bei Gold eher vorsichtig sind, gerade bei Goldminen-Aktien. Nichtsdestotrotz sind solche Unternehmen aber gerade langfristig interessant. Ich würde jetzt aber nicht darauf setzen, dass sich diese Schere eben schließt. Die schließt sich dann erst, wenn die Zinsen wirklich nachhaltiger Natur am sinken sind. Das heißt, nicht am Anfang des Zinssenkungszykluses, sondern eher so in der Mitte bis zum Ende hin, weil sich dann eben auch für die Unternehmen diese Hebelwirkungen aus den neuen niedrigen Zins in der Refinanzierung zeigen. Und das ist genau diese Verständnisweise, wie man eben dran geht. Das heißt, Goldminen-Aktien, da muss man momentan noch in so eine kleine Doststrecke durchziehen. Also weniger los, also es ist losgekoppelt. Das wollte ich im Endeffekt auch nochmal zeigen vom aktuellen Goldpreis, was ganz spannend ist. Und ich habe gerade so ein bisschen versucht darzulegen, wie diese Rückkopplungseffekte wirken, warum sozusagen Gold steigt, aber die Goldminen-Unternehmen teilweise eben im Kurswert fallen, weil die Investoren genau das sehen. Weniger Umsatz, trotzdem Goldpreis ist gestiegen, Gewinne steigen trotzdem oder beziehungsweise Umsätze steigen trotzdem, Gewinne sind aber teilweise entweder gleich geblieben oder leicht rückläufig, weil die Kosten wieder umgestiegen sind und so weiter. Also das ist sozusagen die Situation, die eben vorzufinden ist. Goldminen, aber insgesamt langfristig durchaus interessant, wenn man als Depotbeimischung die Werte reinnimmt, so ein bisschen, wenn man also schon ein gut strukturiertes Depot hat, man hat schon ein paar Standardwerte drin, ein paar Technologie-Aktien, dann sollte man aus meiner Sicht daraus auch durchaus mal die ein oder anderen Goldminen-Aktien haben, weil die nämlich zum Beispiel teilweise durch wirklich ordentliche Dividenden-Renditen glänzen und ich glaube, das ist auch bei B2Gold so, ich gucke mir gerade noch mal die Aktien direkt an, da ist es dann tatsächlich mal spannend, sich entsprechend auf solche Aktien zu fokussieren, weil wie gesagt, da dann der andere, ein oder andere Dividenden-Regen dann natürlich auch möglich ist. Also ihr seht es hier, 4,51%ige Dividenden-Rendite bei B2Gold-Aktien sind durchaus drin und in diesem Rahmen bewegen sich also auch viele Gold-Aktien momentan, also das heißt, auf so ein klassisches Playroom man darauf setzen kann, dass man eben entsprechend von den Dividenden-Ausschüttungen leben kann. So, gucken wir mal auf Terex, auch interessant, das ist ein Bagger, Baumaschinenhersteller, wir hatten ja schon mal Caterpillar, wir hatten uns auch schon mal Komatsu, glaube ich, angeguckt und Deere, also sprich die großen anderen Konkurrenten von Terex, Terex aus den USA und irgendwie gesagt, auch in diesem Bereich unterwegs und die haben, also das Spannende ist, das hatte ich eigentlich in dieser Form so auch erstmal gar nicht gesehen, was aber ganz spannend ist, dass eben diese Unternehmen oftmals nicht nur pur in einem Segment unterwegs sind, sondern die profitieren eben zum Beispiel davon, dass eben Bergbau gut läuft, dass viel Öl gefördert wird, dass also der Rohstoffsektor gut läuft, dass der Immobiliensektor gut läuft, dass die Agrarwirtschaft gut läuft und diese drei Bereiche, diese drei Teilbereiche haben teilweise dafür gesorgt, dass entweder sich die einzelnen Zyklen, also das heißt natürlich, wie man im Rohstoffsektor weiß, mal wird mehr Rohstoffe nachgefragt, dann eben weniger, eben so je nachdem, wie die Konjunktur ist, dann werden natürlich auch weniger Baumaschinen nachgefragt und so weiter und so dreht sich das über die Jahre hinweg. Im Immobiliensektor hatte man die ähnliche Tendenz, mal werden mehr Häuser gebaut, dann wieder weniger, und so weiter und so fort, so dreht sich sozusagen auch dieser Zyklus und der Agrarsektor ist eigentlich der Sektor, der so kontinuierlich ein leichtes Wachstum hat, weil man hier eigentlich kaum eine Zyklik in dieser Form vorfindet, dass man eben wirklich massive, also Rückgänge in der Form sieht, sondern das ist natürlich auch immer wieder, Lebensmittel werden nachgefragt, die Menschen wollen natürlich konsumieren, wollen essen, müssen essen und das führt einfach auch dazu, dass natürlich dann dieser Sektor insgesamt einfach sukzessive steigt, also eine Art generelle Glättung reinbringt. Und die Unternehmen, die in diesen drei Sektoren eben positioniert sind und so ist eben auch teilweise Terrix, die eben in diesem Baumaschinenbereich, also Hubarbeitsbühlen, Baumaschinen, Kräne, oder Kräne, Materialaufbereitung und Bergbau sowie im Straßenbau unterwegs sind, die profitieren eben davon, jetzt gehe ich hier mal so ein bisschen rein, das eben, jetzt wollen Sie natürlich die B2Gold wieder rausnehmen, sich genau diese Zyklen teilweise zugunsten des Unternehmens überlagert haben. Also man sieht jetzt ohne viel Fantasie, dass hier ab 2007 der Turbo drin sein müsste bei dem Unternehmen. Ja, also genau vor 2007, hier ist ja diese Baublase gewesen, sozusagen der Hypothekenboom, der dann geplatzt ist, das hat natürlich auch die ganzen Baubranche erwischt, aber seitdem sieht man mit der Nullzinspolitik und der neuen Spekulationsblase in vielen Bereichen sind sozusagen hier mit dieser Zyklik, die ich gerade beschrieben habe, weil eben genau diese drei Zyklen sich immer wieder abwechseln, natürlich dann der Wert nach oben gestiegen. Also das heißt, man sieht hier wie so ein Tennisball doppte der die Treppen im Endeffekt hoch und das hat genau damit zu tun, der zusätzliche Boom gerade hier in den letzten beiden zwei, drei Jahre kam dadurch rein, dass ja die Biden-Administrationen in den USA die Infrastructure-Bill gelauncht beziehungsweise durch den, als Gesetz eben durchgebracht hat und da sind eben 40.000 Infrastrukturprogramme in den USA in Angriff genommen worden, die 400 Milliarden US-Dollar ausmachen, um in die amerikanische Infrastruktur wieder in Schwung zu bringen und wer profitiert davon? Richtig, Baumaschinenunternehmen, also ob es eine Caterpillar, eine Deer oder eine Materix ist, die profitieren davon, dass eben irgendwo in, klein siehst mich nicht, in Wyoming entsprechend dann irgendeine Straße neu ausgebaut wird oder eine Highway neu gemacht wird, weil die natürlich dann entsprechend neue Maschinen brauchen und dadurch, dass man eben die Bundesstaaten hat, die ja jeweils losgelöst voneinander, dann eben teilweise diese Aufträge auch vergeben können, weil sie dann entsprechende Budgets bekommen, haben die einzelnen Bauunternehmungen dort, die Bauunternehmen kaufen dann entsprechend die Baugerätschaften, zum Beispiel von der Tarex und der Rest ist Geschichte. Also von daher kann man zumindest mal erklären, warum hier zusätzlich dieser Boom reingekommen ist. Die Bill läuft übrigens noch, das ist ja eine eine Billion, also One Trillion Gesetzgebung beziehungsweise Budgetierung, also von daher kann man zumindest mal ausgehen, dass dieser Trend vielleicht nicht mehr in diesem stimmischen Tempo, aber hier so im Median aufwärts gerichtet vorhanden bleibt, also eine Tarex durchaus weiterhin interessant. Aufgrund des Grundtrends, aufgrund der Grundpolitik in den USA kann man das entsprechend mal in Angriff nehmen. So, damit bin ich mit dem Wunsch beziehungsweise mit den Headline-Aktien durch, ich habe jetzt gerade mit einem Blick schon gesehen, Nike, Under Armour und Adidas, war die auch mit bei? Anyway, glaube ich nicht, wir nehmen die mal mit rein, komm, wir gucken uns mal die großen Sportartikelhersteller an, ist nämlich ganz spannend. Ich finde die Branche momentan, also vielleicht vorweggeschickt, ganz spannend, weil ich glaube, dass die Investoren, da nehmen wir mal Nike als Aktien rein, momentan zu skeptisch sind und einige Konsum, Zurückhaltung beziehungsweise Konsumverhalten momentan falsch einschätzen. Der Sportartikelbereich wird ja im Wesentlichen durch drei wichtige Faktoren beeinflusst, und zwar der eine ist natürlich rein das Sport Equipment, also das heißt dann wirklich die sportliche Aktivität, ihr kauft euch ein paar Laufschuhe und rennt um die Häuser, um entsprechend euch fit zu halten. Der zweite wichtige Bereich, der auch teilweise gerade diesen ersten Bereich in vielen Einzelbereichen überholt hat, ist der Fashion Aspekt, das heißt zum Beispiel Marken wie bei Nike jetzt die Jordan oder sowas, die profitieren ja nicht davon, dass die Leute jetzt alle Basketball spielen wie die folgten, sondern die haben natürlich davon profitiert, dass die Marke Jordan als Fashion Brand im Endeffekt so durchgeschlagen hat, dass halt die Leute sich das eben aus rein Fashion Aspekten gekauft haben und nicht unbedingt Basketball gespielt haben. Und der dritte Aspekt ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal das Branding, das heißt halt, dass zum Beispiel Nike ab 2027 ja die deutsche Bundesliga-Nationalmannschaft sponsoren wird und wenn eben Menschen Fans von bestimmten Teams sind, also auch die NFL oder die NBA oder wie auch immer in den USA oder die NBA, also hier die Baseball League NBL, dann kaufen die sich oftmals eben zum Beispiel Trikots von den entsprechenden Teams oder eben das Equipment, was die haben und das wird natürlich von den entsprechenden Firmen hergestellt. Das heißt, diese drei Aspekte, da spielt also der Konsumaspekt, also wirklich der Aspekt der Konsumbefriedigung ja eigentlich nur in der Fashion-Seite eine wichtige Rolle, weil wenn man eben kein Geld hat, gibt man das nicht aus und wird aber trotzdem weiterhin Sport treiben und wird dann höchstwahrscheinlich auch weiterhin sein Team treu bleiben, wird vielleicht nicht sofort das neue Trikot holen, sondern mit einer Verzögerung, aber nichtsdestotrotz sind das eben Aspekte, die eine Rolle spielen und weniger von dem tatsächlichen Konsum, Konsumverhalten in dieser Form beeinflusst werden. Was wir jetzt hier gerade bei den Nike-Aktien zum Beispiel sehen, die kamen zuletzt ja mit einem Profit-Warning, weil die eben noch teilweise relativ hohe Lagerbestände haben, die erst langsam abgebaut werden müssen, das heißt, man macht diesen Abverkauf dann durch Preisreduktion, wenn die Preise für die Produkte reduziert werden, kann man natürlich die neuen Produkte nicht sofort an den Mann und die Frau bringen, etc. pp. Das heißt also, man sorgt in dem Konzern an sich für entsprechenden Druck, aber in diesem Jahr, jetzt kommen wir eigentlich ein bisschen länger ausgeholt, könnte ich mir vorstellen, dass eben diese große Ereignisse, wie die Olympischen Sommerspiele bzw. Fußball-Europameisterschaft tatsächlich so einen kleinen Hype bringen können und das zählt eben zum Beispiel auf die großen Hersteller wie eine Adidas, wie eine Nike, da komme ich mal die Adidas hier mit rein, die andere Arme, die gucken wir uns gleich mal separiert an, weil da noch eine Sonderlocke ist. So, wir packen mal die Adidas hier mit rein. Die dürften vom Kursverlauf her genau ähnlich performt haben, also mit ein bisschen Großzügigkeit sieht man es, die haben hier leicht überspitzt, weil hier noch die Sondersituation war damals mit dem CEO-Wechsel an der Spitze von Adidas, haben sich aber jetzt hier wieder ein bisschen erholt, aber im Endeffekt sieht man das mit so grundlegend erstmal eine ähnliche Tendenz. Das heißt, das Ganze kann tatsächlich sich auflösen in diesem Jahr. Also ich glaube, dass die Sportartikel-Aktien lange Rede kurzer sind, tatsächlich auf einem interessanten Niveau aktuell sind und bei Nike speziell würde ich hier so ein bisschen gucken, ob dieser Kursbereich hier als Unterstützung hält. Das heißt also, wenn in den nächsten Tagen hier sich die Kurse vielleicht auf diesem Niveau konsolidieren oder auf diesem unteren Niveau eben eine Seitwärtsbewegung ausbilden, dann glaube ich schon, dass die für das Jahresende tatsächlich ganz interessant aussehen. Bei der Adidas erkennt man ja auch schon so leicht diesen Aufwärtstrend, der sich in den letzten Monaten ausgebildet hat, natürlich hier und da mal mit der einen oder anderen Konsolidierung zwischen, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich tatsächlich sehe, dass bei den Sportartikelherstellern ein anderes Konsumverhalten zu sehen ist, als bei vielen, vielen anderen klassischen Konsumartikelherstellern und demzufolge finde ich die Aktien eben ganz interessant, weil die eben jetzt in diesem Jahr viele Impulse bekommen, viele Initiale, um wieder den Konsum anzukurbeln und eben entsprechende Produkte an den Mann, die Frau bringen zu können und das ist natürlich entsprechend ganz spannend und demzufolge finde ich die Aktien ganz interessant. Bei Under Armour sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus, die sind kleiner und was ich bei dem Unternehmen ganz spannend fand, die hatte ich tatsächlich ja hier vor einiger Zeit auch schon mal als möglichen Longplay vorgestellt, ist eben die Positionierung, weil die sozusagen aus diesem Underdog-Dasein eben nach oben gezogen haben. Also die haben sozusagen eben natürlich sich nicht komplett loslösen können, gerade in der letzten Zeit von der Konsum-Zurückhaltung, aber die werden genauso davon profitieren, weil eben Under Armour sich in vielen Bereichen im Sport sehr gut positioniert hat. Also ihr seht es auch hier, Adidas performt ein Stück weit besser, weil sie eben größer sind natürlich als eine Under Armour, aber man sieht natürlich auch gewissermaßen hier so ein bisschen die Zyklik bei Under Armour, weil sie eben kleiner sind als Adidas, wesentlich stärker ausgeprägt, aber die sind durchaus interessant, haben sich auch gerade in Amerika in vielen Bereichen eigentlich ganz gut positioniert und konnten sich einige interessante Sponsor beziehungsweise Sponsorverträge oder eben auch Brand-Botschafter sozusagen an Land ziehen, aber wesentlich spekulativer. Das heißt also, wenn man eine Under Armour ins Depot legen will, dann muss man davon ausgehen, dass natürlich hier wesentlich volatiler einhergeht und dass da im Endeffekt die Effekte zum Beispiel aus diesen Sportgroße Ereignissen nicht so stark ziehen, weil die natürlich jetzt nicht bei diesen ganzen Olympischen Teams oder wenigen Fußballteams im Endeffekt oder Fußballspielern entsprechend unterwegs sind, sondern die haben eben ganz klar eben diesen Fashion-Aspekt da drin. Also das heißt, wenn man eben auf die sportlichen Großereignisse abzielt, dann auf Nike und Adidas setzen, zum Jahresende hin, könnte man dann so zum Beispiel auch auf Under Armour setzen. Das heißt, mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung profitieren natürlich dann auch die anderen Konzerne davon, wie eben zum Beispiel eine Under Armour oder meinetwegen auch eine Puma, die zwar auch größer ist als Under Armour, aber auch eher in dem Fashion-Bereich zu finden ist, als jetzt wirklich in dem reinen Sportausrüstungsbereich. So. Okay, gucken wir mal weiter. Genau, Under Armour, blub, blub, blub. So. Dann geht es weiter mit der wilden Fahrt. Und zwar, gucken wir mal, eine Frage war glaube ich noch hier zu den portugiesischen, ähm, blub, 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 Geronimo, genau, Geronimo Martins, die können wir uns mal anschauen. die sind auch so ein bisschen Opfer natürlich der, ja, des Konsumverhaltens, was sich gerade bei den, bei den Sportartikelhersteller ein bisschen ausführlicher beschrieben hat, geworden. Die Leute machen gerade derzeit, oder die Konsumenten an sich machen gerade Folgendes, dass sie also eher tendenziell auf Produkte ausweichen, die eben aus dem, äh, No-Name Bereich kommen. Das heißt also, die Konzerne, Moment, ich gucke mal, die kommen ja aus, genau, Euronext, Lissabon, müssen wir hier reinpacken, dann haben wir gleich die Heimatbörse drin. Äh, die haben ganz gut performt. Das Problem bei Geronimo Martins ist halt, dass die eben unter anderem auch im Bereich der, äh, in Polen halt sehr stark unterwegs sind. Das heißt, dort ist natürlich so ein bisschen noch die Kriegsgefahr, durch den Ukraine-Krieg im Endeffekt noch mit eingepreist. Das heißt also, wir sehen dahingehend, äh, noch so ein bisschen eine Art Konsumzurückhaltung. Wir haben natürlich insgesamt auch die Situation, dass eben die Menschen durch die Inflationsentwicklung in Europa auch eher, äh, konsumtechnisch auf der Seitenlinie oder an der Seitenlinie stehen. Und das zeigt sich natürlich dann auch in den Aktien von Geronimo Martins. Ist aber durchaus, also, äh, das erklärt zumindest mal auch hier diesen Rückgang, den wir zuletzt gesehen haben, weil natürlich hier die Aktienkurse darauf reagiert haben, dass die Investoren, äh, tendenziell eher vorsichtiger natürlich geworden sind. Gerade mit Blickrichtung, eben, äh, Konjunkturentwicklung, Blickrichtung Konsum, Blickrichtung, eben, auch, äh, Ukraine-Konflikt und dem Konsum in Polen. Und das hat sich hier sozusagen jetzt entladen. Die Aktien bleiben aber interessant, wenn man sich sozusagen europa-technisch positionieren will. Das heißt, wenn man zum Beispiel schon eine Tesco oder der gleichen, äh, oder eine Carrefour oder so was im Depot hat, man möchte sich ein bisschen, oder Unilever, man möchte sich ein bisschen breiter aufstellen, kann man, kann man durchaus auch eine Johnny-Mo-Martens in Erwägung ziehen. Also, von der grundsätzlichen Positionierung sind die ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, momentan ist Osteuropa-Geschäft, ist momentan deren Sorgen kind noch so ein bisschen. Darauf hatte ich aber damals auch schon hingewiesen, dass das nicht gerade, äh, sorgenfrei ist. Und wenn man jetzt eben einen Neueinstieg erwägt, dann sollte man halt noch mal schauen, auch hier wieder gleiche Regel abwarten, bis sozusagen hier dieser Bereich sich als, äh, als wirkliche Unterstützung oder eben als, äh, Haltezone darstellt und nicht ins fallende Messer greifen. Weil ansonsten kann natürlich auch der Aktienkurs, wenn dieser Bereich hier brechen sollte, tatsächlich, äh, noch einiges weiter tiefer fallen. Und das wäre natürlich nicht wünschenswert. Aber die Aktien grundsätzlich von der Positionierung her interessant, gerade eben aus dem Bereich der Konsum beziehungsweise Handelsgeschäft, wird die Aktien interessant und, äh, können natürlich dann in Erwägung gezogen werden. Wie gesagt, wenn so ein bisschen Beruhigung in den Aktienkursen reingekommen ist und mit Blick Richtung zweiter Halbjahr 2024. So, dann gucken wir mal auf CK Hutchinson, die Hutchison, die sind nämlich eigentlich auch ganz interessant, weil die ja mit Vodafone meines Erachtens ihre Geschäftsaktivitäten zusammenlegen wollen oder schon zusammengelegt haben und da eine Monsterfusion im Bereich Telekommunikation in Angriff genommen haben. Also man kann hier, es ist halt ein Unternehmen aus China, aus Hongkong und, ähm, Moment, ich gucke mal, das können wir ja aus dem Tradegate. Und man sieht also auch hier, dass natürlich diese Unternehmen gerade momentan extrem stark im Konsolidierungsdruck sind. Also ähnlich, man könnte jetzt die Vodafone-Aktienchart hier sozusagen drüberlegen, da würde sich ähnlich verlaufen. Das heißt, die ganzen Telekommunikations-Carrier, die großen Unternehmen, leiden also momentan darunter, dass eben das Refinanzierungsniveau relativ hoch ist. Man ist im Telekommunikationsbereich eher so ein bisschen in diesem Brot-und-Butter-Geschäft unterwegs. Das heißt, wenig Wachstum in den Segmenten, man hat einen sehr stark verteilten Markt, also eine hohe Konkurrenzdichte, starker Konkurrenzkampf. Und man muss natürlich sehen, dass man durch strategische Partnerschaften, durch entsprechende Fusionen in den Bereichen dann eben Synergien schafft. Und das ist momentan eben dann natürlich auch im Gange. Das heißt, also man sieht hier viele, viele neue Transaktionen, Zusammenschlüsse, Verkäufe. Und das ist genau dieser Tatsache geschuldet, dass diese Konsolidierung, die gerade stattfindet, sozusagen den Unternehmen in der Bilanz, sowohl als auch in der Marktpositionierung, einfach voranhelfen soll. Und so ist es auch bei der CK Hutchinson zu sehen. Ich finde den Schritt ganz gut, dass die mit dem Vodafone den Deal gemacht haben, entsprechend den Telekommunikationsgeschäft zusammenzulegen. Und ich finde die Aktien da angeht interessant. Man muss aber wirklich, wie gesagt, sehen, es wird nicht so schnell im Endeffekt wieder eine Gegenbewegung stattfinden, sondern man muss eben davon ausgehen, dass es ein Unternehmen ist, was eben eher unter dem Aspekt der Dividendenrendite von 7,26% zu sehen ist. Und wo man dann eben auch davon ausgehen kann, dass wir hier wahrscheinlich eher eine seitwärts tendierte Kursentwicklung sehen werden. Das heißt also, vielleicht werden die Aktien mal wieder ein bisschen ansteigen, dann aber eher auch in diesem Bereich hier unten umgerechnet so 5 Euro entsprechend bleiben, weil eben da kaum Fantasie drin ist. Also hier sieht man eben wirklich, man hat keinen großen Expansionsmarkt. Also hier ist es nicht so wie eine KI oder dergleichen, dass man eben sagen kann, dadurch kommen neue Geschäftsfelder oder dadurch wird eben sehr, sehr viel im Telekommunikationsbereich passieren, sondern das geht eben dann, wenn zum Beispiel Internet of Things durch die 5G-Technologie mehr nach vorne getragen wird und noch wesentlich stärker in den Vordergrund rückt und dadurch die Unternehmen dann neue Dienstleistungen anbieten können. Also hier muss noch einiges passieren, man merkt es auch gerade zum Beispiel in Deutschland, Kabelnetze werden neu verlegt, neu ausgebaut, das kostet alles Geld und das belastet halt erstmal, man hat es auch bei anderen Unternehmen gesehen, international ist die Situation, also ähnlich. Das heißt unter dem Aspekt klassisch eher unter dem Aspekt zu sehen, dass man tendenziell dass man eher tendenziell von der Dividendenrendite sozusagen ausgehen kann, als wirklich dann hier von einem klassischen Growth-Unternehmen zu sprechen. Gucken wir mal auf das nächste Unternehmen, die Shell PLC, ein englischer Rohstoffwert, wobei es ganz spannend ist, wir sehen momentan eine unheimliche Transformation in dem Sektor. Die Total Energies aus Frankreich hat es vorgemacht, das heißt die fokussieren sich stark auf nur den Energiesektor, das heißt also die haben sich losgelöst oder losgesagt von dem Bereich fossile Brennstoffe und eher in Richtung Energie insgesamt und Shell geht den gleichen Weg. Finde ich ganz spannend, man hat also hier, ist dabei Tankstellen zu verkaufen, jetzt macht man das eher in so einem kleinen Schritt, man hat also jetzt will bis Ende 2025 500 der Weltweit 47.000 Tankstellen entsprechend entweder verkaufen oder stilllegen und will diese Transformation nutzen und sich wesentlich stärker im Bereich der Ladestationen für Elektroautos fokussieren und das tut den Aktienkurs eigentlich ganz gut aus zweierlei Dingen heraus, zum einen, weil man natürlich damit ein Geschäftsfeld betritt, was gerade für solche große, strukturell gut aufgestellte Unternehmen wie eben Tankstellenbetreiber und das hatte ich auch schon mal zu dem Aspekt Wasserstoff damals gesagt, ideal ist, das heißt also, wenn ich ein großes Infrastrukturnetz habe und da jetzt sozusagen Ladesäulen aufbaue, dann ist das natürlich mega clever, weil die Infrastruktur ist ja schon da. Wenn die also damals, wenn Wasserstoff im Endeffekt dann eben salonfähig geworden wäre und auch mehr Wasserstoffautos verkauft worden wäre und dann wäre natürlich für Tankstellen es ideal gewesen, dort entsprechende Wasserstoffzappsäulen aufzubauen, die kosten wirklich eine Stange Geld, die Ladesäulen ja ebenfalls, weil die ja die Struktur schon haben, man kann ja nicht einfach irgendwo, man sieht zwar hier, dass Ladesäulen hier und da mal aufgebaut werden, aber trotzdem können die nicht überall aufgebaut werden, weil es halt relativ schwierig ist mit der Stromversorgung und den Genehmigungsverfahren, aber bei den Tankstellen hat man zumindest mal schon mal diese Grundstruktur halt da und das ist eben ganz spannend. Also das heißt, Shell hat sich eben in einem hausinternen Transformationsprogramm, Energy Transition Strategy heißt die, dazu eben verschrien, dass man eben die Ladesäulen auf 54.000 Ladepunkte bis 2030 auf 200.000 fast vervierfachen will, im Gegenzug dazu dann aber die Tankstellen eher abbaut. Das heißt also jetzt bis Ende 2025 soll ungefähr 1% der Tankstellen entsprechend verkauft oder abgebaut werden und im Gegenzug dazu will man eben die Ladesäulen ausbauen. Also eigentlich baut man da sozusagen noch mehr Filialen, wenn man es so will, auf und das ist eigentlich eine ganz spannende Strategie, lange Rede, kurzer Sinn. Ist halt mega spannend, auch ganz spannend ist, dass Shell sozusagen die Expertise aus dem fossilen Brennstoff oder ich sage jetzt mal Schmierstoffbereich wie Erdöl natürlich hergestellte Schmierstoffe, Fette und so weiter eben nutzen will, um zum Beispiel auch im Bereich der Windräder, die ja auch geschmiert werden müssen, die ganzen Lager dort entsprechend, da will sich eben Shell als die Expertise nutzen in diesem Bereich auch nochmal wesentlich besser auftreten und man will Kühlflüssigkeit beziehungsweise auch Biokraftstoffe noch wesentlich stärker ins Programm aufnehmen. Also eine interessante Situation, die sich da gerade bei Shell einstellt und man merkt also wie wichtig dieser Aspekt des Energieträgers insgesamt ist, losgelöst von der klassischen fossilen Energieträgerform. Also von daher Shell eigentlich eine ganz interessante Aktie. Wer die hat, sollte die im Depot behalten. Wer die noch nicht hat, können den einen oder anderen schwächeren Tag durchaus mal nutzen, denke ich. Die Aktien sind interessant, man kriegt eine ordentliche Dividendenrendite von 5,29 Prozent. Die Aktien haben sich auch ganz gut wieder aus dem Tal der Trinier erholt und ich denke, dass zumindest mal auch perspektivisch diese Änderung der Geschäftspolitik, also diese Neupositionierung durchaus positiv eben für Shell entsprechend zu werten ist. So. Okay. Ja, Greenwashing ist natürlich ein Megathema, da kann ich dazu aber in der Form nichts sagen. Also hier in dieser Form ist es halt wirklich so, dass der Konzern sich ja, ich will es ja gar nicht schöner, als dass es jetzt ein ESG-konformes Unternehmen ist, das ist auf keinen Fall, weil man eben natürlich noch den Part des fossilen Brennstoffcharakters mit drin hat und ich würde es auch glaube ich in dieser Form nicht als Greenwashing sehen, weil der Konzern ja nicht tatsächlich schon per se ein grüner Konzern ist, sondern man ist eben auf dem Weg dahin. Also zumindest versucht man sozusagen den Energieträgeraspekt in den Vordergrund zu tragen und nicht ein Greenwashing an sich zu betreiben. So würde ich es zumindest mal sehen. Also von daher, ich sehe die Aktie nicht als klassische grüne Aktie, sondern ich sehe die tatsächlich als Energiekonzern und Energiekonzern ganz klar mit einem fossilen beziehungsweise Erdölanteil halt auch drin und so muss man das Ganze sehen. Also von daher an dieser Stelle nochmal ganz klar darauf hingewiesen. Gucken wir uns das nächste Unternehmen, die SSIPLC an. Das ist ein englischer Erdgasversorgungs- und Stromversorgungs- beziehungsweise Telekommunikationsunternehmen. Die hatten wir auch schon mal vor einiger Zeit. Ich bin ja so als Depot-Beimischung ein Fan von diesen Unternehmen, die aus dem Infrastrukturbereich kommen, sei es jetzt eben solche Unternehmen wie die SSE oder eben auch wie die National Grid oder eben auch Pipeline-Betreiber und so weiter, weil die ja eben ein Geschäft haben mit einer hohen Markteintrittsbarriere, mit einem Geschäftsfeld, was man eben im Endeffekt immer braucht. Das heißt, die Leitungswege, Netzwege werden immer benötigt. Und so ist es halt auch bei dem Konzern. Bloß hier muss man natürlich auch sehen, das ist halt mit viel Aufwand verbunden. Das heißt, man hat hohe Kosten. So ist dann auch gewesen, dass der Konzern zwischen April und September einen Vorsteuerverlust von 511 Millionen britischen Pfund umgerechnet 581 Millionen Euro verzeichnet hat gegenüber einem Gewinn von 1,7 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum. Und das hat natürlich mit höheren Kosten zu tun, weil man eben entsprechend die Netze ausbauen, man muss die verbuddeln, Erdbauabarten sind teuer und so weiter und so fort, aber es sind Investitionen in die Zukunft. Und das finde ich halt ganz spannend. Das heißt also, das Unternehmen wächst insgesamt. Man sieht das also, wenn man sich das Energieportfolio-Unternehmen oder Energieportfolio-Management-Bereich anguckt, der 35% ausmacht, der ist um 100% gewachsen. Im Bereich der Energy Customer Solutions hat man ebenfalls einen Wachstum von 45 bis 50%. Also man ist hier schon sehr, sehr weit dabei. Das heißt, man hat also sozusagen die Erzeugung von Strom beziehungsweise dann entsprechend die Belieferung der Kunden als auch natürlich die Verwaltung von entsprechenden Stromverteilungs- und Übertragungsnetzanlagen, also für zum Beispiel Drittkonzerne, Drittparteien. Und das insgesamt macht der Konzern. Und da ist natürlich gerade, wenn man dann neue Leitungswege baut, neue Netze entsprechend installiert, hat man erstmal die Kosten und kann die dann erst über die Jahre folgend natürlich die Gewinne einfahren. Und das ist immer so ein bisschen die Situation, gerade bei so einem, wie soll man sagen, Infrastrukturbetreiber. Die müssen also erstmal in Vorleistung gehen, ehe sie dann eben danach die Gelder einfangen können. Das ist ja auch klar, man kann ja nicht zu den Kunden gehen und sagen, hey, wir haben davor einen Leitungsweg zu bauen, bezahlt mal jetzt schon mal, damit ihr in ein, zwei Jahren dann die Leitung benutzen könnt, sondern die Leitung oder beziehungsweise Leitungswege werden ja dann von den Kunden benutzt, wenn sie da sind und die bezahlen dann. Das heißt, die Vorleistung muss alles dann einfach erfolgen. Und so ist es bei der SSI auch. Ich finde solche Unternehmen, wie gesagt, aus dem defensiven Bereich heraus durchaus interessant und würde mir die dann immer mal so ein bisschen auf die Agenda nehmen, beziehungsweise wenn man schon sehr stark, aggressiv, fokussiertes Portfolio hat, wenn man zum Beispiel viele Tech-Aktien hat, dann sind das so eine Aktien, die so ein bisschen für Ruhe im Depot sorgen können, aber sozusagen natürlich von der allgemeinen Marktstimmung auch natürlich dann oftmals profitieren können. Der SU7, der ist tatsächlich schon von Xiaomi, der ist tatsächlich schon im Verkauf, bisher jetzt nur in China, aber der wird auch, zumindest soll der auch weltweit angeboten werden, aber man hat es auch schon bei BWD gesehen, das ist natürlich viel erstmal mit Kooperation, also ich vermute auch, dass Xiaomi erstmal mit irgendwelchen entsprechenden Vertragspartnern, jetzt nicht natürlich den großen Autokonzernen, sondern irgendwelchen Autohändlern, Autohändlergruppen agieren wird, um dort die entsprechenden Modelle dann natürlich auch mit ins Programm zu nehmen, aber ist durchaus interessant, ja, so der SU7, der läuft momentan wie geschnitten Brot in China und das ist durchaus ein sehr, sehr cleverer Schachzug gewesen, den Xiaomi da vorgenommen hat und ihr seht es ja auch, die Aktien haben, ich rufe die jetzt einfach mal hier ad hoc mit auf, weil gerade die Frage reinkam, haben ja in der letzten Zeit ganz gut performt, für mich weiterhin bleiben die interessant, ich würde da mit das Spiel momentan weitermachen, ich glaube wirklich, dass das ein durchaus guter Erfolg sein wird, Moment, wo haben wir sie? Hier, Tradegate, guckt euch den Aktienkursverlauf in den letzten Tagen an, ich zoome mal ein bisschen rein, das ist ja 5-Jahres-Chart, da sieht man, wo die schon mal waren, ich zoome mal ein bisschen rein, zack, also die haben sich mal fast verdoppelt in den letzten, Pi mal Daumen, was sind das, drei, vier Wochen, aus meiner Sicht daraus, klar kann über die ein oder andere Kurskorrektur kommen, aber man erkennt es ja auch so ein bisschen mittelfristiger Natur, ist hier wirklich ein schöner Aufwärtstrend gewesen, das habe ich euch damals auch schon gezeigt oder angedeutet, ein Charmi ist aufgrund der Marktposition, also die stellen wirklich in vielen Bereichen große, wichtige Produkte her, sind gut positioniert und die können eben natürlich viele Synergien, viele Zwischeneffizienten nutzen, um das eine Produkt mit dem anderen einfach zu verkuppeln und das ist halt mega spannend, also deswegen ist dieser Konzern nicht zu unterschätzen und ich glaube tatsächlich, dass das nochmal ganz spannend sein wird. Na, ich weiß nicht genau, also ich bin auch gespannt, ob die EU-Zulassung, also wenn ich so sehe, was da teilweise für andere chinesische Autos zugelassen werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der SU7 keine Zulassung bekommen sollte, aber ich weiß es nicht, natürlich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, so. Okay, dann gucke ich mal weiter. Okay, dann nehmen wir nochmal ein Unternehmen rein, und zwar die American Waterworks, auch ganz spannend, ein Unternehmen aus den USA im Bereich der Wasseraufbereitung beziehungsweise Wasserversorgung. Das Unternehmen hat eben 3,5 Millionen Kunden im vergangenen Jahr entsprechend versorgt und ist, glaube ich, sogar in allen Bundesstaaten in den USA vertreten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was hier ganz spannend ist, wir haben also auch einen klassischen Versorgerwert und der eben davon natürlich profitiert, dass eben die staatliche Seite sozusagen hier der Auftraggeber eben ist, dass also sozusagen Wasseraufbereitungs, Wasseranlagen, Wasserleitungen, zum Beispiel für Militärbasen, Wohngebäude, Geschäftsräume und so weiter insgesamt dann eben von diesem Unternehmen betrieben werden. Im vergangenen Jahr konnte der Umsatz um 11,8 Prozent gesteigert werden. In den USA natürlich macht man mit dem Wassergeschäften Umsatz von 93 Prozent. Der Gesamtumsatz wird eben in den USA erwirtschaftet und was ganz spannend ist, dass hier tatsächlich das der Fall ist, die Wasserpreise, die werden also tatsächlich von den einzelnen Staaten festgelegt. Also das heißt, hier kann nicht das Unternehmen jetzt kommen und sagen, hey, wir erhöhen einfach mal die Wasserpreise, sondern in den USA dürfen also nur die Bundesstaaten eben durch Anträge von den entsprechenden Unternehmen die Preise erhöhen. Also das ist auch der Grund, warum man natürlich immer wieder mal hier diese Zwischenbewegung, Zwischenkonsolidierung sieht, sonst würde man ja denken, okay, ist ja eigentlich auch ein Idiotengeschäft, das heißt, man positioniert sie als Versorgungsunternehmen und erhöht einfach mal die Preise. Das funktioniert halt nicht, sondern es gibt eben auch Phasen, wo natürlich die Bundesstaaten dann sagen, nö, wir wollen nicht oder ihr dürft die Preise momentan nicht erhöhen, entsprechend ist dann natürlich auch kein Unternehmenswachstum oder beziehungsweise kein Umsatzwachstum zu sehen und diese Phasen hat man, jetzt ist aber eben der Antrag gestellt worden, von dem Unternehmen in mehreren Bundesstaaten eben die Anhebung der Wassergebühren entsprechend vorzunehmen und das könnte natürlich hier, wenn man langfristiger Natur mal so ein bisschen sieht, nochmal für so einen kleinen Kicker sorgen. Also die American Waterworks finde ich durchaus interessant, Bewertung mit dem 23er KGV spiegelt diesen defensiven Charakter wieder, könnte auch eine Aktie sein, die gerade jetzt bei der bevorstehenden oder möglicherweise Coast Consolidierung in den Aktienmärkten nochmal ganz interessant sein könnte, weil die ja sozusagen davon losgelöst sind, das heißt nicht so stark mit dem Markt laufen, sondern tendenziell eher negatives Beta beziehungsweise entgegengesetzt der Laufen, also nicht korrelativ laufen, sondern eben entgegengesetzt und da angehend diesen defensiven Charakter nochmal spielen. Also durchaus interessant, hier perspektivisch natürlich auch langfristiger Charakter, kurzfristige Naturen wären damit jetzt nicht unbedingt glücklich, weil eben natürlich kaum Impulse, kaum schnelle Handelsbewegungen drin sind und das sollte man vielleicht nochmal wissen. So, damit bin ich durch, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, wenn euch das Format gefällt, lasst einen Daumen hoch da, wenn nicht einen Daumen runter. Ich habe schon gesehen, viele gehen zu Markus Koch rüber, grüßt ihn mal ganz schön von mir, den lieben Markus und ansonsten viel Spaß bei Wall Street entsprechend von Markus Koch und ansonsten natürlich danke, dass ihr dabei wart für Erfolg an den Börsen und wenn ihr Lust habt, schaltet auch morgen hier bei dem entsprechenden Klashiff wieder ein. Da geht es nämlich dann um die Aktien, die heute hier nicht angekommen sind beziehungsweise natürlich auch die Aktien, die ihr gerne in die Kommentarzeile reinschreiben lässt. Würde mich freuen. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020